Herzlich willkommen zu diesem Video, wo wir uns den Insider Club etwas genauer anschauen werden. Wir werden uns die Zahlen, Daten, Fakten, Informationen ansehen sowie vergangene Projekte unter die Lupe nehmen. Ich werde das Ganze sehr effizient und transparent mit euch durchführen. Bevor ich beginne, möchte ich festhalten, dass dieses Video keine Kaufempfehlung und auch keine Anlage der Finanzberatung ist, sondern nur als Übersicht und als Information dient. Wir befinden uns auf der MyInsider Webseite. Wir sind sozusagen im Dashboard und sehen, dass hier eine Wallet verbunden ist. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass MyInsider Club Webseite dient nur als Interface, um Zugang zu den Pre-Sales zu bekommen. Der Kauf und das Erhalten der Token läuft immer über die eigene Wallet, denn somit sind wir auch immer im Besitz unseres Geldes. Die Lizenz, die hier aktiv ist, dient dazu, dass wir Zugang zu den Pre-Sales haben, dass wir quasi eine Erlaubnis haben und je nach Lizenz haben wir verschiedene Obergrenzen an Kapital, welches wir in einem Pre-Sale bzw. in verschiedene Pre-Sales aufgeteilt investieren können. In dem Fall ist es die 350-Dollar-Lizenz und die gibt mir die Berechtigung, verteilt auf verschiedene Pre-Sales bis zu 2000 Dollar zu investieren. Wenn wir uns so einen Pre-Sale anschauen, dann sehen wir hier alle fertigen Projekte, die bis dato vorgestellt und durchgeführt wurden. Der letzte, Pre-Sale, ging gestern zu Ende und wenn man hier draufklickt, sieht man einerseits die Projektbeschreibung, andererseits natürlich die Tokenomik, das heißt die Gestaltung und Analyse der Token. Hier können wir auch das Team einsehen sowie die Investoren und die Partner. In diesem Fall zum Beispiel Ripple, Chainlink und Circle sind die Investoren. Das sind drei Kryptogiganten, drei Milliarden schwere Unternehmen und für mich ist es immer schön, solchen Namen bei einem Pre-Sale im Club zu lesen. Es zeigt einerseits, dass dieses Projekt Potenzial haben dürfte, sonst würden diese Firmen hier, denke ich, nicht investieren. Und auf der anderen Seite zeigt es wieder, was wir hier für eine unglaubliche Möglichkeit haben, in dieser frühen Verkaufsphase Token zu erwerben, weil diese Firmen Unsummen an Kapital an den Tisch bringen müssen, um hier in dieser frühen Verkaufsphase mit dabei sein zu können. Und wir können das dank dem Insider Club bereits mit einem Minimalbetrag von 100 Dollar. Lass uns mal die vergangenen Projekte ansehen, wie zum Beispiel Layer Zero. Diesen Token konnten wir für 3 Dollar erwerben und das Projekt steht momentan bei 3,66 Dollar. Das heißt, wir sind bei diesem Projekt im Plus. Und wenn wir uns diesen Chart hier ansehen, dann merken wir, dass dieser Token sogar bereits bei 5,60 Dollar war. Das heißt, eine knappe Verdopplung. Bei diesem Projekt sehen wir ganz großen Investoren mit an Bord, wie Circle, OKX Ventures, FTX Ventures, Coinbase Ventures oder Binance Labs. Und man achte hier auf die Summen, die hier stehen. Wie schon erwähnt, diese Firmen müssen Unsummen an Kapital mitbringen, um hier frühzeitig dabei sein zu können. Wir können das bereits mit 100 Dollar. Wenn wir uns weitere Projekte anschauen, beispielsweise Truflation, den wir uns um 0,04 Cent erwerben konnten, der Preis steht momentan bei knapp 20 Cent. Das heißt, dann haben wir circa mit diesem Token 5X gemacht. Und wenn man sich den Chart anschaut, dann waren wir hier schon bei 90 Cent. Jeder kann sich selbst ausrechnen, welche Entwicklung hier stattgefunden hat. Auch hier kann man natürlich wieder alle frühzeitigen Investoren einsehen. Startup GTO, eine große Kryptobörse oder auch Chainlink. Und hier etwas sehr Spannendes. Jeder, der vielleicht etwas genauer geschaut hat, dem fällt auf, hier steht ein Preis von 0,05 und 70 Cent. Und im Club steht 0,04 Cent. Das ist hier kein Fehler. Es zeigt, dass wir im Club hier fast für die Hälfte diesen Token frühzeitig erwerben konnten, während große Firmen hier ja fast das Doppelte im Vergleich zu uns bezahlt haben. Das nächste Projekt, das auch sehr gut performt hat, Entangle, steht derzeit bei 30 Cent. Das heißt, hier sind wir momentan bei Verzehnfachung. Wenn man sich hier den Chart anschaut, ist es gigantisch. Und wir waren hier schon bei 2,80 Dollar. Und das heißt dann, das kann sich jeder für sich selbst auch ausrechnen, was hier für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und wenn man Fundraising sich anschaut, wieder sehen wir etwas Interessantes. Wieder beteiligte Unternehmen konnten diesen Token für 0,045 Cent. Und wir hatten das Vergnügen, mit 0,025 Cent Token zu erwerben. Das heißt, auch wieder knapp die Hälfte weniger und viele, viele weitere Projekte. Und jetzt eine kurze Erklärung zum Status der Projekte. Erwartung bedeutet, dass wir hier einen Pre-Sale hatten. Dieses Projekt ist aber noch nicht auf einer Börse gelistet. Somit erwarten wir erst die Listung. Verteilung bedeutet, dass wir einen Pre-Sale hatten und momentan gerade die Token-Verteilung im Gange ist, die nach und nach freigegeben werden und letztens zurückkehren, bedeutet nichts anderes, als dass wir ebenfalls einen Pre-Sale hatten und dieser aber nicht an die Börse ging. Das Einzigartige an diesem Club ist, dass wenn ein Projekt nicht an der Börse gelistet wird, wird das investierte Kapital automatisch an die jeweilige Wallet-Adresse zurücküberwiesen. Wie funktioniert das hier? Ganz einfach, weil wir mit Smart Contracts arbeiten. Smart Contracts sind intelligente Verträge, die eine gewisse Funktion haben und im Endeffekt gewisse Bedingungen haben beziehungsweise so programmiert wurden, dass gewisse Bedingungen erfüllt werden müssen. Ein Beispiel zum besseren Verständnis. Ein Smart Contract wird aufgesetzt. Es werden gewisse Bedingungen festgelegt, damit dieser Smart Contract ausgeführt werden kann. Und sobald dieser Smart Contract programmiert ist, sind diese Bedingungen nicht mehr zu verändern. Die Vorteile des Smart Contracts sind, dass sie automatisiert und dezentral funktionieren, dass sie, wie gesagt, nicht mehr veränderbar sind, dass sie transparent sind, man kann sich das alles auf der Blockchain ansehen und natürlich ist es sehr effizient. Und in diesem Fall wurde eben es so festgelegt, dass in dem Fall, wenn dieses Projekt nicht an die Börse geht, dann wird das investierte Kapital automatisiert an die Wallet-Adresse zurückgesendet. Um noch einen wichtigen Begriff, was ich Ihnen erklären möchte, ist Utility Token. Generell Utility bedeutet nichts anderes als Nutzen. Die Projekte, die hier im Club vorgestellt werden, sind keine unseriösen Projekte, die im Endeffekt keiner braucht, sondern sind Projekte, die einen Nutzen haben, einen Mehrwert, eine Technologie mit sich bringen und an den Utility Token geknüpft sind. Somit hat der Token einen Nutzen. Und ein Utility Token kann auf der einen Seite zum Beispiel Zugang zu einem Produkt oder einer Dienstleistung des Projekts genutzt werden, wie zum Beispiel für Netzwerkinteraktionen oder einfach als Belohnung für die Netzwerk- bzw. Projektteilnehmer sein. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die Smart Contracts öffentlich einsehbar sind. GitHub ist eine Seite, die Informationen bzw. Daten zur Verfügung stellt, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, um gewisse Aspekte überprüfen zu können. Hier steht Public. Hier Insider Club. Und das heißt, alle nötigen Daten zu den Smart Contracts sind hier aufgelistet und können somit auf die Richtigkeit und die Sicherheit überprüft werden. Und noch ein sehr wichtiger Punkt hier ist Your Private Key. Das bedeutet, dass wenn wir mit unserer Wallet dann mit einem Smart Contract von dem Insider Club interagieren, dann können wir sicherstellen, dass wir immer im Besitz unserer Private Keys sind und keinem Risiko in Bezug auf den Smart Contract ausgesetzt sind. Um die fertigen Projekte im Insider Club einsehen zu können, ist keine Lizenz erforderlich. Falls du immer noch nicht sicher bist, ob du dabei sein möchtest, macht es auf jeden Fall einen Sinn, sich erstmal zu registrieren. Man kann sich alles, was hier bis dato veröffentlicht wurde, anschauen und kann dann immer noch für sich selbst entscheiden, ob man den Club für sich nutzen möchte oder nicht. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. die die ui